Mit etwas Abstand betrachtet, früh am Morgen, wenn noch alles schläft, sieht die kleine Stadt Tschadjalunga geradezu beschaulich aus. So, als sei alles in Ordnung. Aber der Schein trügt. Hier ist vieles in Ordnung. Georgi Ormani, Bürgermeister von Tschadjalunga, erklärt. Die Stadt Tschadjalunga liegt im Süden der Republik Moldau. Früher hatten wir hier 25.000 Einwohner. Jetzt sind noch etwa 20.000 hier. Viele arbeitsfähige Erwachsene sind ausgewandert. Sie haben Kinder und Eltern zurückgelassen. Genau diejenigen, die eigentlich dringend Unterstützung brauchen. Wir haben eine Menge Probleme, um nur einige zu nennen. Junge Menschen haben keine Möglichkeiten zu arbeiten. Die Wasserversorgung der Stadt ist desolat. Wir müssen Kindergärten und Schulen dringend renovieren. Womöglich wollen wir gemeinsam mit Wort und Tat daran arbeiten. Schulen, Kindergärten oder das marode städtische Krankenhaus. All diese Dinge sind nur ein kleiner Teil der Probleme. Praktisch überall, wo man hinschaut, wird Hilfe benötigt. Das christliche Hilfswerk Wort und Tat ist seit 2006 in der Stadt. Es kümmert sich vor allem um die Menschen, die in dem sogenannten Armenhaus Europas so gut wie keine Unterstützung vom Staat erhalten. In der medizinisch-diakonischen Station Gloria werden jedes Jahr hunderte von Patienten kostlos untersucht und behandelt. Und diejenigen, die den Weg zu dem ehemaligen Bankgebäude nicht mehr schaffen, werden zu Hause besucht. Ihnen wird etwas zu essen gebracht und um ihre Gesundheit kümmert sich Krankenschwester Olga. Ich gehe zu den Armen, den Besitzlosen, den Rentnern. Aber auch zu Einsamen, Kindern, Behinderten und Bettlägerigen. Die Gründe, warum die Leute Hilfe brauchen, sind unterschiedlich. Oft fehlt ihnen Geld. Sie können den Arzt nicht mehr bezahlen, haben nicht ausreichend zu essen und schaffen den Weg in das Wort- und Tatzentrum nicht. Abgesehen von der medizinischen Versorgung bringen wir den Leuten auch Essen, Windeln und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Olga ist den ganzen Tag unterwegs, um ihre Patienten in Schadielunga und den umliegenden Dörfern zu treffen. Die Fahrt auf den mit Schlaglöchern übersäten Straßen im Süden des Landes zehrt zusätzlich an den Kräften. Ebenso wie das Schicksal der Kranken, deren Leid Olga zu mildern versucht. Meine Patienten haben ganz unterschiedliche Krankheiten. Herz-Kreislauf-Probleme, Krebs, Tuberkulose, Leberzirrhose und Erkrankungen des Bewegungsapparates. Sie sind auf medizinische Hilfe dringend angewiesen. Aber auch die menschliche Zuwendung, die sie durch Olgas Besuche erfahren und die freundliche Fürsorge der Krankenschwester sind für viele Patienten von unschätzbarem Wert. Oft können sie es kaum erwarten, dass Olga wiederkommt. Die Patienten aus der Stadt und aus den umliegenden Dörfern sind voller Dankbarkeit für die Hilfe, die sie von Wort und Tat und dem Zentrum Gloria erhalten. Und wir Helfer sehen mit Tränen der Freude in den Augen, wie sehr die Menschen unsere Arbeit schätzen und wie freudig sie uns jedes Mal empfangen. Die Hilfsangebote von Wort und Tat haben sich in der Stadt längst herumgesprochen. Fast überall werden die Helfer mit offenen Armen empfangen. Auch der Bürgermeister, der aus einer christlichen Gemeinde kommt, ist dankbar für die Arbeit des Werks. Die Stadt erholt sich nicht nur äußerlich, sondern auch geistlich. Alles, was hier passiert, nehmen wir aus Gottes Hand und wir sind Wort und Tat und dem Zentrum Gloria sehr dankbar dafür. Das ist Gott und Tat und Tat und der Zentrum Gloria sehr dankbar dafür. Wir wollten, dass wir immer so viele Partner-eignisse. Wir begrüßen und in diesem Bilden nur eine Handlung. Vielen Dank.